natürlich will jeder mann eine einfache lösung für den punkt dass sie jetzt mit dir sex will ist ja wohl ganz normal so und hier kriegst du mega geheimtipps mit wie du das schaffen kannst und zwar ohne eine frage zu stellen und ohne zu betteln und ohne streit mit ihr zu haben okay also was musst du denn verstehen damit es für dich leichter wird mit ihr darüber zu sprechen ja wenn du sie nach sex fragst und sie dann sagt ach nee jetzt doch nicht oder also wenn sie sagt nein bedeutet dass sie sagt nein für diesen einen moment also sie macht den bodycheck wo ist die lust ist da lust nein okay da ist keine lust nein ich will kein sex und das bedeutet sie antwortet nicht für den ganzen abend oder auch nicht für die ganzen nächsten tage oder so sondern sie antwortet für diesen moment und das ist ein mega geiler tipp oder eine chance ja weil das bedeutet im nächsten moment wenn ihre gefühle oder wenn sie den bodycheck macht und merkt jetzt kommt die lust sieht es ganz anders aus und dann kommt ja ihr ja ja also das bedeutet wenn sie nein sagt nimm es nicht persönlich stell dich darauf ein dass es sich jederzeit wieder ändern kann und vor allem sorge dafür zu wissen was sie denn heiß macht und was sie geil macht sprich wenn sie dir sagt und jetzt hier mein beispiel von einem mann den ich heute gecoacht habe wenn sie dir sagt was sie gerne mag vor dem sex oder was sie in schwung bringt und hier war es der punkt sie sagte ihm du weißt du ich wünsche mir dass du mich einfach so nackt im arm hältst ohne direkt loszulegen ohne zu fummeln und so weiter wenn sie dir so etwas sagt dann höre doch bitte einfach ganz genau hin ohne zu denken ja das mache ich schon oder ja höre hin was sie sich genau wünscht und wenn du das nicht verstehst oder wenn es nicht klar wird was sie genau meint dann frage nach und ja viele männer haben ja auch schon eine idee davon was sie antörnt beispiel ich mache jetzt mal so ein paar hier paar berührungen was sie antörnt oder hier im gesicht oder so und da ist der punkt wenn du diese dinge hast und du weißt was sie antörnt bevor du also ihr die frage stellst machst du das ja und auch hier noch mal schau dir meine anderen videos an es geht darum dass sie sich wohlfühlt dass sie sich geliebt fühlt und so weiter und dann kann sie sich erst sexuell öffnen also sie braucht ein wohlgefühl eine entspannung erst dann kann sie sich sexuell öffnen so und wenn du nur an ihrem schloss rumfummelst wird es nicht geschehen deswegen hier noch mal werbung in eigener sache nächste woche mein workshop braun verstehen der schlüssel zu ihrem schloss trag dich da ein und sei dabei so also du setzt diese techniken eine zwischen erklären wie in dem du sie teasers also du gehst nicht voll auf die nüsse voll auf die 100 mit deiner erotik mit deinem schlüssel sondern du teasers nur also das heißt du machst kurz wie so ein trailer du machst kurz die hältst kurz die spannung hoch und dann gehst du wieder raus und macht was anderes bis sie irgendwann eben bis ihr lustschiff entfacht oder losgefahren ist und sie eben auch diese erotik oder die lust spüren kann und dann fragst du nicht mehr sollen wir jetzt sex haben sondern du sagst du machst eine aussage und sagst so baby wir werden jetzt sex haben sie dich um oder sie dich aus oder bereite schon mal alles vor oder so ich nehme dich jetzt kommen ja also setzt das mal um schreibt man deine erfahrung hier rein und dann sehen wir uns im nächsten video ein lieber